Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um das Atommodell von John Dalton. Ich hoffe, ihr habt euch bereits das Atommodell von Demokrit angeschaut, sonst schaut euch das bitte noch an, das habe ich euch hier oben auf dem i verlinkt. Die Theorie, die wir uns jetzt anschauen, hat John Dalton 1803 entwickelt, das bedeutet knapp 2000 Jahre nach der Grundidee von Demokrit. Also ihr seht, das Ganze hat ziemlich lange gehalten und erst da ging es quasi weiter. John Daltons Idee, Atome sind kleine, massive Kugeln. Je nach Atomsorte, zum Beispiel Wasserstoff, Gold, Eisen und so weiter, sind sie unterschiedlich groß und unterschiedlich schwer. Das heißt, bei ihm ging es noch mal um die Masse und um die Größe. Masse, also das Gewicht und die Größe, wie groß ist eben ein solches Atom. Für ihn war klar, es gibt verschiedene Atome. Er hat sich alle Atome als Kugeln vorgestellt. Für ihn war aber auch klar, dass diese Atome verschieden groß sind. Ihr seht hier die verschiedenen Größen und wenn sie unterschiedlich groß sind, auch eine unterschiedliche Masse haben, also unterschiedlich schwer sind. Das war jetzt schon mal was Neues. Wir denken noch mal an Demokrit, der gesagt hat, die haben alle eine verschiedene Form und sind alle irgendwie anders. Dolten geht jetzt wirklich hin und sagt, okay, es gibt ein Gewicht, das innerhalb des Elementes gleich ist und eine Größe, die innerhalb des Elementes gleich sind. Das heißt, alle Goldatome sind gleich groß und gleich schwer. Gold zu Kupfer ist aber sehr unterschiedlich. Gold hat eine andere Größe und eine andere Masse wie Kupfer. Deswegen hier mal die Neuerungen durch Dolten. Also erstens, jeder Stoff besteht aus kleinsten, nicht weiter teilbaren Teilchen, die kugelförmig sind den Atomen. Soweit war Demokrit auch schon. Was Demokrit aber nicht gesagt hat, dass es Kugeln sind, für Demokrit könnten es sämtliche Formen sein. Jetzt bei Dolten, es sind nur noch Kugeln. Zweitens, alle Atome eines bestimmten Elements haben das gleiche Volumen und die gleiche Masse. Heißt, sie sind alle des gleichen Elementes, also alle Kohlenstoffteilchen, sind gleich groß, haben das gleiche Volumen und gleich schwer, die gleiche Masse. Drittens, die Atome unterschiedlicher Elemente unterscheiden sich in ihrem Volumen und ihrer Masse. Auch hier wieder, Kohlenstoff- und Goldteilchen sind nicht gleich groß und gleich schwer, sondern sie unterscheiden sich in der Größe und in der Masse, also im Volumen und im Gewicht. Viertens, Atome sind unzerstörbar. Sie können durch chemische Reaktionen weder vernichtet noch erzeugt werden. Das ist eine ganz krasse Aussage von ihm. Für ihn war klar, dass Atome nicht einfach verschwinden können oder neu auftauchen können, sondern es gibt Atome auf dieser Welt und die werden nur umgelagert. Dazu kommen wir aber später, wenn es dann um chemische Reaktionen geht. Ich habe euch mal die Playlist zu den chemischen Reaktionen auch hier oben verlinkt. Da merkt man das nochmal ganz genau, dass wir quasi nur eine Umlagerung haben. Da kommen wir aber später im Schuljahr noch dazu. Und fünftens, bei chemischen Reaktionen werden die Atome der Ausgangsstoffe nur neu angeordnet und im bestimmten Anzahlverhältnis miteinander verbunden. Auch dazu kommen wir am Ende des achten Schuljahres. Ich habe euch jetzt hier oben noch das nächste Video verlinkt. Da geht es darum, gibt es wirklich verschiedene große Teilchen und wie könnte ich das experimentell beweisen? Schaut euch bitte auch das Video an. Da wird das Ganze einfach nochmal erklärt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.